Ich bin Tim, ich liebe Festivals, aber nach zwei Tagen Festival habe ich immer solche Rückenschmerzen und deshalb baue ich mehr. So ein tolles Bett. Jetzt haben wir für unser Festival Palettenbett schon 20 Paletten, Rollrasen, Schrauben und jetzt wird gesägt. Das ist schon mal unser erstes Kuffteil und das setzen wir jetzt schräg auf die Paletten drauf. So und jetzt machen wir das Ganze noch ein bisschen kuschelig. Und als es morgen früh direkt weiter geht, braucht man natürlich einen Wecker. Man kann ja nicht nur schlafen, jetzt brauche ich erstmal richtig was zwischen die Zähne. Das ist ja nicht nur schlafen, aber ich kann ja nicht nur schlafen, aber ich kann ja nicht nur schlafen, aber ich kann ja nicht nur schlafen, ich kann ja nicht nur schlafen, aber ich kann ja nicht nur schlafen, aber ich kann ja nicht nur schlafen, aber ich kann ja nicht nur schlafen, ich kann ja nicht nur schlafen, aber ich kann ja nicht nur schlafen. Ich kann ja nicht nur schlafen, 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 ich kann ja nicht nur schlafen. Ich kann ja nicht nur schlafen, ich kann ja nicht nur schlafen, ich kann ja nicht nur schlafen, ich kann ja nicht nur schlafen.